Dörtlich sehen tot aus. Wie haben wir euch eigentlich, ne? Eigentlich tun die Leute einem echt leid, denn die können ja auch nichts dafür. Die Sonne ist ja ganz schön am Pusten da vorne. Alter... Das ganze Zahlen... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5... Und, äh, keine Ahnung. Wie soll das denn kapieren? Ja, ist ja gut. Shark 46 Haken ist raus, sieht gut aus. Shark 46 auf Gleitweg nach Grünes Licht. Ich sehe das Licht. Bringen Sie jetzt runter. 20 Knoten auf Licht 8. Kast 100. Sie sind 50. Kast 100. Kast 100. Kast 100. Kast 100. Ich glaube nicht, dass wir freiwillig da sind. Also, hören wir uns das gleich mal wieder an. Oder irgendein Gelaber dürfen wir uns bestimmt anhören, denke ich einfach mal. So, ich brauche einen Schluck getrunken. Ich möchte die Gelaber auch überstehen, ohne einzuschlafen. Nein, einschlafen wollte ich dabei nicht. Das ist nicht mein Ziel gewesen. Das ist wirklich. Also, eigentlich gar nicht. Eigentlich, ja. Bestimmte Sturmgewehre verfügen über Granatenwerfermodule. Oh ja. Das kenne ich nur zu aus Bad Company 2. Al-Baschir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sage ich Solomon. Ich würde Sie gern was fragen. Al-Baschir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren Ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wie Ihren befehlshabenden Offizierschoss. Lecken Sie mich. Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig. Und ich weiß, wie Ihre Geschichte endet. Wir sind nicht hier, um es aus ihm rauszuprügeln. Lass ihn. Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Furcht. Na schön. Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden. Okay. Dann wollen wir mal loslegen, würde ich sagen. Und hoffen, dass wir das irgendwie einigermaßen schaffen, diese Mission, ohne dauernd abzukratzen. Was ich natürlich sehr gut kann. Einfach so sterben. La 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 la. Blumenwiese, Blumenwiese, Blumenwiese. Puff, Hedger tot. So ungefähr. Ganz schön große Stad. Allerdings. Noch keine Waffenluster. Nee. Die Mühe des Schicksals. Mal ein Langsamer. Missfit, hier, A-Maker. Ich höre. Missfit, Schabensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich an. Das ist ergebnislos. Allerdings. Um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Garrison's Regiment die Jaffee-Brücke eingenommen. Dadurch sind Missfit und Helmöcker in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kulschir-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit auszusteigen. Verstanden. Ja, kommt doch noch was. Das Tame-Maker. Los geht's. Alle Missfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole. Mission startet. Sir. Verstanden. Blackbird. Nimm den Mörser. Oh. Los. Los. Mörser. Los. Aufsieh mit dem Rücken. Was ist denn die Gelder? Holm. Auf geht's. Alter. Ich werde schon gut los hier, würde ich mal sagen. Ich bin nicht so schnell. Wartet auf mich. Ich bin nicht so schnell. Ich habe einen fetten Mörser auf dem Rücken. Ist man nicht so schnell. Hallo. Hallo. Ist natürlich auch sehr klug, so eine offene Deckung hier runter zu rennen. Da wird man überhaupt nicht gesehen. Ah, okay. Äh, eh. Okay. Mörser aufgestellt. Oh. Äh. Also, wir müssen noch ein bisschen. Los. Wir brauchen da unten und von Feuer. Hey, ich will auch. Ich will auch rüber. Juhu. Danke. Oh. Oh. Oh, super. Voll umsonst geworfen. Scheiße. Oder wie. Hat ich nicht. Ich habe einen Typ gekillt. Man bin nicht gut. Ich lasse natürlich alles die anderen machen. Los, los, los. Ah, bitte. Nachladen. Alter, blendet das. Ah, nichts, ja gar nichts. Also, wie nichts Gutes hier. Oh. Krieg. Wir sind im Krieg. Würde ich mal so sagen. Hey, das war eine Maid oder ein Mörser oder was auch immer. Down. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Was ist denn da los? Das ist ein Dapfenscheiß. Hallo, geht's. Geh mal down. Gitt doch. Hey. Wo sind denn hier Gegner? Alter, man sieht ja gar nichts mit denen. Ich tue nicht. Ich sehe immer noch keine Gegner. Hallo, auf den Tiefst du denn? Ich sehe doch gar nicht. Wow. Alter. Alter. Alter, los. Los, 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 los. Los, 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 los. Alter, ist das schlimm. Schlimm mit dem Licht. Alter, los, 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 los. Hallo, die sind ja alle viel schneller wie ich. Kommen hier ja gar nichts mehr hin. Ich will auch was machen. Hallo, los, 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 los. Ich will auch mal wen killen. Ich glaub mir doch nicht alles, ihr Schweine. Ich kriege da nichts hin. Ey. Alter, bin ich schlecht. Alter, Mann, das geht ja gar nicht. Ich brauch ne neue... Alter, alter. Leggy. Leggy. Safe. Ich muss erstmal ein bisschen...